Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall ja wir sind jetzt wieder in der Stadt Daggerfall wir gehen jetzt erst mal ein bisschen verkaufen bevor wir die wir gehen zuerst die Quest abgeben in der Hoffnung es könnte wichtig sein dann gehen wir lieber zuerst verkaufen nicht dass wir das gleich vergessen was die uns dann da abgibt so haben wir ja wir haben hier ein bisschen was die Dinger brauchen wir nicht das brauchen wir nicht dann die ganzen Wachtelter ist da viel und da kriegen wir noch einen Münzen nice na warte erstmal gucken was er im Laden hier zu verkaufen hat und die Bücher von uns auf jeden Fall aber der hat nichts ok dann ab zum nächsten Laden einmal müsste gleich da hinten von sein den Werwolf haben wir auf jeden Fall getötet den Brief haben wir gefunden da haben wir schon den Laden also wie spät haben wir es 7 Uhr 24 wir können da nicht rein so dann drei Stunden einmal kurz warten jo und rein so was können wir dem verkaufen was haben wir das und hier einiges 50.000 Worte verkaufen wir erstmal alles andere wenn es eine so viele gibt kriegen wir das als einen Brief wo haben wir den nehmen wir wieder mal raus ich will das nicht als Brief haben ich will das nicht als Brief haben ich will das nicht als Brief haben so so jetzt nochmal so ne ja ja nein nein wir kriegen wieder so einen Brief ach nö ich will nicht diese Briefe haben oh nein jetzt haben wir hier noch ein Letter of Credit so wir haben die anderen schon los okay wir sind die anderen schon losgeworden okay immerhin wir sind die anderen losgeworden von diesen Briefen aber das war jetzt ja ich mag diese Briefe nicht und dann haben wir tausende davon komm wir gucken auch einmal in den Smith hier rein vielleicht hat er irgendwas Gutes vielleicht hat er irgendwas Gutes nope und auch nope dem können wir auch nichts mehr verkaufen so hier können wir aber noch ein bisschen was verkaufen äh hier genau so so wir haben hier ja jede Menge Gewürze sehr viele Gewürze sehr viele Gewürze ich will das alles vom Brief hier loswerden wieder ich hätte wirklich lieber gerne jetzt ein Münzen weil wir das dann nicht also in Münzen können wir dann zumindest die Dinger in der Bank einlegen die Briefe irgendwie nicht so so und dann den laden absuchen nope haben die nichts habe ich noch irgendwas im Inventar was weg muss so die nehmen wir auch noch auf Tasche ja ok dann gehen wir einmal kurz noch in die Bank meistens das Geld da rein ok wie viel haben wir wie viel haben wir so auf Tasche 38.469 38.469 38.469 ja 22.377 haben wir so noch als Brief dann können wir jetzt uns um warte jetzt ok Inventar ist in Ordnung das 5 Kilo Tränke haben wir schon das brauchen wir eigentlich alles nicht Portion of Cure Disease Invisibility Restore Power Reaction Resist Shock brauchen wir nicht Resist Frost brauchen wir Stamina Chameleon Form brauchen wir nicht Resist Poison Slow Falling Water Walking brauchen wir nicht Water Briefing könnte man gebrauchen so wo haben wir die dann ist Umweltverschmutzung was ich hier machen aber ich brauche den den scheiß nicht da suchen wir mal die eine da wieder komm lad schnell ja yes so die eine hier die Kletterer puts a panzen nicht die es die man Obrig und sie Sie ist alle excited und sie rippt es ab und sagt, das ist nicht für mich, das ist ein Dress zu Minizera. Dann boom, her jaw fällt ab und her eyes get real white. Sie sagt, sie wird sicher die Queen Mava gett es und das ich nicht have to worry myself. None about that. Warte mal. So, okay. Ich mache hier nochmal ein Save-Game. Was steht hier? Okay, die attackieren mich jetzt. Wer ist denn das? Oh, okay. 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 Nee. Ah, das war von hier. Äh, meine Mutter auf a letter he sent me. Also das war Theokers. Äh, so, das. Ja, hier. Ja komm, wir gehen da hin. Dahinten muss ich hin? Okay, egal, wir reisen jetzt dahin. So, dann. Dann muss ich hier jetzt The Emperor's Messenger auf. Müsste wahrscheinlich der Laden hier sein. So. Ist das der Laden hier? Hier geht es sogar nach oben. Äh, bei der Wolke, gut zu sehen, Max. Okay, wir kommen mit der Quest. So, dann müssen wir hier mit Barry in Dagger vor. Alter, halt, wieder zum Arsch der Welt. Egal, wir reisen jetzt dahin. Und der oder die muss jetzt hier im Palast sein. Ah, hier waren wir noch gar nicht. So, wo ist denn der Palast? Das ist da. Ich würde gerne die Läden hier einmal durch abklappern wollen. Was sagt denn die Uhr? Sieben Uhr. Okay, sieben Uhr elf. Wir sind immer ungefähr sieben Uhr zehn, sieben Uhr elf da. Ist das der Laden? Nein, das ist er. So, dann resten wir mal für drei Stunden. So, gucken wir mal, was der Laden so hat. Ich muss Geld loswerden. Also, den Schein. Die 22.000. So, dann gehen wir mal nach da hin. Da müssten auch schon wieder ein paar Läden sein. Da hinten sehe ich schon. Na ja, das ist eine Bank. So, zwei Bänke. Oder Banken. Ja, Banken ist richtig. Bänke sind dort, wo man sitzen kann. So, dann haben wir hier nochmal zwei Läden. Zwei General Stores. Die müssen aber auch mal was Gutes haben. Jein. Den guten Stuff haben die nicht. Aber ich finde es krass, wie lange wir jetzt hier eigentlich rumgegeistert sind. Obwohl die Hauptquest eigentlich vor unserer Nase war. So, dann nochmal nach Norden. Da sind nochmal zwei Läden. Und das da. Wo ist denn der Eingang? Noch ein Jubilier. Das machen zwei Jubiliere direkt nebeneinander. Der eine ist Rolex, der andere ist hier keine Ahnung wie. Nämlich so mit Jubilieren nicht aus. So, der hat auch nichts. So, der hat auch nichts. Wieso haben die nichts? So, da haben wir noch einen Laden. Kräuterladen wahrscheinlich. Ja, Kräuter. Und hier auch wahrscheinlich Kräuter, ja? Gehe ich mal von aus. Ja, Kräuter. Dann gehen wir wieder Richtung Süden. Einmal alle Läden abklappern. Irgendjemand muss hier doch bessere Ausrüstung haben. Hier, Bücherladen. Was war das denn? Kräutershoppe. Großer Kräutershoppe. Oder Bücherei. Ja, Bücherei. Okay, aber da ist jetzt schon der große Handelskreis hier. So, was hat der? Rüstung haben die irgendwie nicht. Ebony Brotsford. Ja, den brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja schon den Dädric. Klamotten brauchen wir nicht. Hier gibt es nichts. No. Auch nichts. So, dann. Was haben wir hier? Noch einen General Store. Nein. Da hat er, dass die wirklich nichts aus Org-Material oder eben Erz oder so momentan verkaufen. Mitril ist eine Seltenheit. Oder Adamantium. Aber umso wertvoller, also umso, ja, kann man wirklich schon sagen, umso wertvoller Material ist, umso, umso seltener wird's. So, jetzt noch mal nach Süden. Da haben wir auch noch ein paar Läden. So, nochmal drübersprungen. Dann ist hier noch ein Laden. Noch ein General Store. Schade, dass die hier wirklich nichts aus Org oder Dädric haben. geradeaus durch. Das da müsste schon sein. Wo ist denn der Eingabe? Bücherei. Toll. Dann müsste es hier irgendwo sein. Der nächste Laden. Kräuterladen. Jeder wird der Kräuterladen. Ne, kleinen Bücher trocken. Die mich aber nichts verkaufen kann. So, komm, wir gehen zuerst den da hinten. abklappern. So, hier, das ist so. Wo sind der Eingang? Ach, hier. Nichts Dädric Fress. Auch nichts. Dädric Longsword. Den habe ich ja. 8-22 Damage. Ich finde, schade, das ist wirklich. Warum jetzt nicht der Katana? Und er hatte das Spiel gerade schön ordentlich geruckelt. Ich finde, dass er jetzt nicht der Katana hat. oder so. Oder so. So, dann hier bestimmt Bücherladen. Genau. Dann, Bücher oder Kräuter? Bücher. Dann ist nur der Laden übrig und dann können wir zum Palast. Wir müssen doch zum Palast, oder? Minivera Science Ring bought the trust of Margarian Ashy. He told me that Gwenein Greenford would be in Midbury at Palace in 38 days time. Ist das nun der Laden? Ja, da, General Store. Bitte hab jetzt etwas anderes Davidisches oder Orkisches oder eben Erziehes. Nicht das, was ich wollte, aber mein Wunsch wurde erfüllt. Es war was Orkisches. Nur nicht das, was ich wollte. Egal, wir gehen da jetzt rein. Und dann suchen wir mal die gute Dame oder ich glaube, das war schon gut. Ist sie das? Alain Wixley? Nee. Dunnard Bucking Smith? Ist auch nicht der, den ich suche. Der Dude. Achso, wir sind wieder hier. so hoch haben wir die gute Dame oder den guten Herrn. Oben gehe ich mal von aus. So, dann fangen wir mal hier an. I see that. Marilyn Masterton. Hier auch nicht. Hier oben auch nicht. Gibt es hier noch hier oben Weg? Die ist es ja nicht. So, ja, das hatten wir ja gerade. Das hier. Minisera signed ring bought the trust of Madrian Ashing. He told me that Vinayne Greenford would be in Madbury at Palace in 38 days time. Fünfzehnte und wir haben gerade den neunzehnten. Also, die ist noch nicht da, gehe ich mal davon aus. Oder wir fragen, äh, nee, warte, wer ist? Location General People Things Work Da kann uns noch nicht geholfen werden. hier, Use Info Ring Conditions New Worth 18 Gold Wait, ja, das ist nicht die Info, die ich haben wollte. Ja. 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 Wir sind doch im richtigen Bereich hier mit Barry. Das heißt dann wahrscheinlich, dass wir jetzt 38 Tage zu warten haben. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie mit irgendwas erstmal für diese paar Tage beschäftigen. So, gucken wir uns dann die Tempel und so weiter hier an. Und die Gilden. Wo ist denn der Eingang? Wo ist denn der Eingang? Hier. I'm always glad to help. So. As a member of the Knights of the Dragon, I'm yours to command, sir. I'm a loyal member of the Knights of the Dragon. Anna, sir, what is your wish? So, hier können wir auch bestimmt. Receive armor. You have already received your armor for your current rank. When you achieve a higher rank in the order, I will give another fine piece of armor. Receive house. You have already received your house. affiliations. warte mal, dann hier Affiliations. Night of the Dragon, reputation 100. Journeyman, minus 5. Hier ist Heavskulls, bin ich auf 0. Die Bella bin ich auf 23. Hier bin ich aber auch schon höchster Rang. Hier 80% kommen, dann machen wir für hier. Vielleicht noch mal eine Quest. Let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment. The Army of Undead, the Dragon Slayer, ich würde das sagen. Don't let anyone else hear this, Paladin. I just got word that a dragon has been spotted. Well, not a full-grown dragon, just a little dragonly. There is no quest more heroic for a member of the Knights of the Dragon than to slay a dragon. I know where it is. You go kill it. We can both lay claim to the glory. Is it a bargain? Natürlich. The dragon egg just hatched in Baluchek's den. I don't know if there are any other dragonlings there or not. I can keep it all a secret for 19 days. Okay, dann machen wir erst einmal das. So, dann gehen wir mal da hinten zu einem Quest-Gebiet. Also Quest-Dungeon. Also Haupt-Quest. So, dann machen wir hier einmal nochmal auf die vier. Wo ist einer da? Man lädt das jetzt eben ganz kurz. Oh, fein! Sofort Besuch. Nice. Was? 1000? War das jetzt gerade? Alter! So, safe game. Hier auch die zwei wieder. So, wir gehen hier rum. Hier müsste auch immer eine geheime Tür sein, oder? Alter, zwei wehmerdinger. Aber hier ist irgendwo bestimmt ja, da hinten. Hier irgendwo. da ist jemand gefangen. Schön. So. Nehmen wir einmal mit. Hauen die auch? ein Gargoyle zählt nicht als über mir sind die am Camping. Ah, okay. Jo, gegen den Camping noch nicht. Oder das schon hier ist. Warum nicht? So, dann schauen wir mal. Einmal hier alles absuchen. Ja, störe nicht so viel. So. Komm, so. Ja, okay. Ah, wir müssen zurück. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Einmal nochmal zurück. Nee, da. Oh, eine Nymphe. das war aber der falsche Weg. So, hier war das. Oder? Ja, hier. Genau. Und hier einmal alles removen, was wir jetzt haben. Das alles zum Beispiel. Und das alles. Ja, und das war aber schon viel, was wir mithaben. Und das gold. 3270. 3270. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020